Hey Leute, ein ganz großes Dankeschön an euch, denn ihr habt euch so stark für unsere Osterferien-Workshops interessiert, dass alle stattfinden konnten bzw. noch stattfinden werden. Wir sind ja noch nicht am Ende der Osterferien angekommen. Einige waren sogar so beliebt, dass sie komplett ausgebucht waren und da gehörte unter anderem der West Coast Swing-Anfänger dazu. Im West Coast Swing Level 1 hatten wir allerdings noch so viele Nachfragen und so viele Leute auf der Warteliste, falls eine abspringen soll, die dann nachrücken konnten, dass wir uns jetzt dazu entschieden haben, den noch einmal stattfinden zu lassen. Also wir schieben einen West Coast Swing-Anfänger-Workshop noch in unser faire Programm mit rein und zwar am kommenden Mittwoch, den 28.03. um 19.15 Uhr. Auch hier gilt, bitte meldet euch vorher an, damit wir das ein bisschen abchecken können, ob genug Paare sich noch so spontan dafür interessieren. Aber auch hier ist es ein Anfänger-Workshop, alle Anfänger-Workshops sind ja kostenlos, nur die Anmeldung ist bitte Voraussetzung dafür. Dann können wir das Ganze halt ein bisschen besser planen. Also ich freue mich auf euch auf kommenden Mittwoch zum West Coast Swing-Anfänger.